Wenn sich Prominente und Politiker von einem 20-Jährigen hacken lassen, dann sollten wir mal über eure Sicherheit reden. Was kann im Internet so alles schief gehen? Naja, ihr habt viele, viele Accounts im Internet und dort habt ihr Passwort und einen Login. Und der Login ist meistens die E-Mail-Adresse und wenn der Login nicht die E-Mail-Adresse ist, dann ist zumindest die E-Mail-Adresse für die Passwort-Wiederherstellung hinterlegt. Ich habe hier mal als Beispiel Gmx genommen, habe hier oben vier Accounts aufgemalt und die Passwort-Wiederherstellung geht hier angenommen mal zu Gmx. Jetzt ist was passiert, Yahoo ist gehackt worden, ist tatsächlich passiert und da waren dann die ganzen Nutzerdaten drin. Und dann sieht man schon, wenn man diesen einen Hack sich anschaut, wo eure zentrale Mail liegt. Und da ich alle anderen Konten wiederherstellen kann über die E-Mail-Adresse, ist für mich als Hacker, mal angenommen, wäre jetzt dieser zentrale Einstiegspunkt Gmx und die Mail-Adresse. Und könnte dann alle anderen Konten auch in meinen Besitz nehmen, weil ich ja das Passwort da wiederherstellen kann. Ein anderes Szenario wäre, dass ihr eine Phishing-Mail bekommt, auf einen Link klickt, Passwort und Benutzername eingibt bei Amazon zum Beispiel und am Ende war das gar nicht Amazon. Und auch dann hat der Hacker eure Zugangsdaten. Oder ihr bekommt eine Mail mit Schadsoftware, klickt auf einen Link, die wird euch runtergeladen oder die ist direkt angehängt. Was kann also passieren durch so ein Hack? Eure Mail-Adresse zur Konto-Wiederherstellung ist bekannt, habe ich ja vorhin gezeigt. Yahoo ist gehackt worden und damit sind schon mal ein paar Daten von euch öffentlich. Es gibt Seiten, die genau das für eure E-Mail-Adresse prüfen, ob die in so einem Leak dabei war. Das habe ich mal in der Videobeschreibung verlinkt. Was auch gerne bei solchen Leaks dabei sind, sind Sicherheitsfragen und Antworten. Oft wird man ja irgendwie gefragt, was ist der Mädchenname der Mutter oder irgend sowas. Und gibt man die ein und diese Daten werden dann gelegt, sind auch die bekannt. Das ist also auch wieder so ein kleiner Punkt, den der Hacker als Anhaltspunkt dann hat, um sich weiter durchzuhangeln. Ganz kritisch sind natürlich Passwörter bzw. die Hashes dazu. Wird so eine Datenbank bei Yahoo, Ebay oder sonst wo rausgetragen, dann sollten im Optimalfall die Passwörter gehashed worden sein, also die Passwörter nicht im Klartext da liegen. Das ist aber vom Anbieter abhängig, wie gut er das macht und ob er das überhaupt macht. Also ich hatte auch schon Anbieter, die ihre Passwörter nach wie vor im Klartext speichern. Das sind oft irgendwie kleinere Klitschen, die gerade mal da so eine Nutzerverwaltung aufgesetzt haben. Das ist dann echt ganz gruselig. Und da kann das nicht nur beim Hack euch zum Verhängnis werden, sondern jeder Admin von so einem System sieht dann halt eure Passwörter im Klartext. Und wenn ihr ein Passwort irgendwo doppelt benutzt habt, habt ihr ein Problem. Ich habe ja auch mal diesen Ashley Madison Hack verlinkt. Der hat beim Hashen eigentlich alles richtig gemacht. Er hat B-Crypt benutzt, das ist empfohlen, aber ist ihm trotzdem kleine Fehler unterlaufen und so konnten ein Drittel der ganzen Count-Daten gekrackt werden aus diesem Leak. Was sind also persönliche Schutzmaßnahmen, die man treffen kann? Überall andere Passwörter verwenden. Ganz, ganz wichtig, lasst euch die Passwörter generieren. Die müsst ihr euch auch nicht merken, da kommen wir später dazu. Zwei-Faktor-Authentifizierung sollte man benutzen und Vorsicht bei der Passwort-Wiederherstellung. Kommen wir zum Passwort, denn da sollte man einen Passwort-Manager benutzen, aber den müsst ihr nicht nutzen. Es gibt genug andere Passwort-Manager, die einen ähnlichen Dienst anbieten. Was macht so ein Passwort-Manager? Der verschlüsselt erstmal eure ganze Passwort-Datenbank. Also die wird mit einem Passwort verschlüsselt. Das sollte möglichst komplex sein und das solltet ihr euch auch wirklich merken können. Das ist aber auch das einzige oder eines der wenigen, die euch dann noch merken müsst, wenn ihr das benutzt. Man sieht hier, das wird zum Beispiel hier bei KeyPass in der KDBX-Datei gespeichert, die ist AES verschlüsselt und die sollte man dann auch wiederum sichern, weil da muss man ja wieder rankommen im Zweifel, um an seine anderen Accounts zu kommen. KeyPass generiert Passwörter für euch mit 20 Zeichen, Sonderzeichen, irgendwas. Ihr müsst die wirklich nicht mehr kennen, die Passwörter dann. Und KeyPass automatisiert auch das Einloggen. Also ihr müsst dann auch nicht immer KeyPass aufmachen und das rauskopieren oder so oder lesen und dann irgendwo reinschreiben, sondern das kann man mit Autotype bei KeyPass automatisieren. Aber auch andere Passwortmanager haben da Automatisierungsmöglichkeiten. Also es ist jetzt nicht nur KeyPass, dass das hat. Vielleicht solltet ihr euch aber auch Gedanken machen, was für einen Passwortmanager ihr benutzt. Und vielleicht solltet ihr keinen benutzen, der eure Passwörter zentral in einer Cloud abspeichert und das gleiche Passwort zum Anmelden in der Cloud als auch das gleiche Passwort wiederum dann zum Entschlüsseln der Passwörter benutzt. Das sehe ich recht kritisch. Kommen wir zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da gibt es Handy-Apps, die generieren euch alle 30 Sekunden einen neuen Code. Das ist immer anbieterabhängig, wie das funktioniert. Man sieht hier so eine Liste in der EndOTP-App, welche Anbieter das unterstützen. Rechts seht ihr mal meinen Login-Bildschirm bei Twitter. Auch da muss ich diesen Code eingeben. Auch den muss man natürlich sichern. Ohne den kommt man dann auch im Zweifelsfall nicht mehr in sein Konto rein. Und eine ganz elegante Lösung, habe ich aus Logbuch-Netzpolitik geklaut, sind Catch-All-Mails. Wenn man eine eigene Domain hat oder sich eine kauft, wie zum Beispiel beim Mail-Anbieter Proton-Mail, dann kann man Mails sich quasi ausdenken, die es gar nicht gibt. Und trotzdem kommen die Mails dann an eine bestimmte E-Mail-Adresse, die man vorher halt festgelegt hat. Das heißt, wenn ihr euch dann zum Beispiel bei Facebook mit einer Mail-Adresse einloggt, die es gar nicht gibt, und das wird dann in einem Leak sichtbar für jeden, diese E-Mail-Adresse, hilft das dem Angreifer aber nicht, weil diese Mail-Adresse nicht euer Login bei Proton-Mail ist. Weil ihr euch die ausgedacht habt, aber halt alle Mails, die an diese Domain-Ad Proton-Teams hier im Beispiel geschrieben werden, die kommen halt bei einer Mail-Adresse an. Auch da, wenn ihr da mehr zuhören wollt, empfehle ich euch Logbuch-Netzpolitik. Und zu guter Letzt, in Mails klickt man niemals nicht auf irgendwelche Links. Auch das muss ich mir noch ein bisschen angewöhnen, das war halt immer sehr praktisch, aber das sollte man echt nicht tun. Also wenn man irgendwie eine Mail von Amazon bekommt und die wollen irgendwas von einem, dann sollte man echt auf Amazon.de gehen und nicht den Link in der Mail klicken. Habe ich was Wichtiges vergessen? Ihr habt die Kommentare dafür.